Vorwärts neu in der Mannschaft, erbaut auf die Form und nicht auf Regeneration. Verstehe ich absolut, wir haben es auch im Vorfeld angesprochen, weil man oft von Doppelbelastung und Müdigkeit redet, aber für den Fußballer gibt es nichts Schöneres als zu spielen und wir dürfen nicht vergessen, wir sind immer noch am Beginn der Saison, da darf Müdigkeit keine große Rolle spielen. Die sind im Flow drin, die haben absolutes Selbstvertrauen getankt und das wollen sie heute auch wieder zeigen. Luis Schaub ist der Mann, über den man natürlich momentan spricht bei Rapid, in den letzten vier Spielen hat der sieben Tore geschossen. Das sehen natürlich auch andere Vereine logischerweise, jetzt hat Sportdirektor Müller gestern gemeint, in dieser Transferperiode geht einmal definitiv gar nichts, er wird bei Rapid bleiben. Glaubst du, ist da wirklich schon das letzte Wort gesprochen oder könnte sich da doch noch was tun bis Ende August? Grundsätzlich, wie wir alle wissen, ist im Fußball alles möglich, aber so klar, wie es Andreas Müller ausgesprochen hat, glaube ich schon, dass er in dieser Transferperiode bleibt und ich glaube, es ist auch gut so, er sollte jetzt nochmal ein Jahr bei Rapid beweisen und dann stehen ihm alle Türen offen, er ist immer noch ein ganz junger Spieler. Wäre der schon reif für größere europäische Ligen, zum Beispiel für die erste deutsche Bundesliga, deiner Meinung nach? Zutrauen würde ich es ihm, aber ich wünsche ihm noch ein konstantes Jahr bei Rapid, er sollte anschließen, wo er in den letzten Wochen aufgehört hat und dann kann er nächstes Jahr wechseln oder im Optimalfall bleibt er noch ein, zwei Jahre, dann haben wir noch Freude mit ihm, aber grundsätzlich traue ich ihm eine internationale Karriere zu. Gut, dann will ich noch deinen Tipp zum Abschluss hören, Peter, wie geht es heute aus? Ich glaube ein 0 zu 2, also wie gesagt, alles andere als ein Rapid-Sieg würde mich überraschen. Gut, dann schauen wir, was da herauskommt heute im Lavantal WAC gegen Rapid. Ihr Kommentator ist Michael Roscher. Herzlich Willkommen aus der Lavantal Arena, die heute hervorragend besucht ist. Natürlich auf der einen Seite von vielen Fans des WAC, die Rapid, wie wir gehört haben, die ja im Flow sind, ein Bein stellen wollen auf der anderen Seite, aber natürlich auch wieder viele Rapid-Fans mitgereist, wie immer mit ihrer Mannschaft, wie auch schon zum Auswärtsspiel in Chilina gegen Trencin. Auch heute wieder eine ganze, wenn auch etwas kleinere Tribüne als in der Slowakei. Voll mit den Fans aus Hütteldorf, ganz rechts, da sehen wir sie noch angedeutet. Die Mannschaften sind bereit, kommen aufs Spielfeld unter der Führung von Schiedsrichter Robert Schergenhofer, der 43-jährige Vorarlberger, der heute diese Partie leiten wird. Stefan Schwab mit der Kapitinschleife bei Rapid. Steffen Hofmann noch nicht im Kader, hat kurz geheißen, eventuell könnte er schon wieder dazustoßen zur Mannschaft, ist noch nicht im Kader. Im Gegensatz zu Tröstersson, der Isländer, der ist wieder mit dabei, sitzt zumindest einmal auf der Ersatzbahn. Kapitän beim WAC, Michael Solbauer, der 26-jährige Innenverteidiger, auf den heute mit Sicherheit eine tragende Rolle zukommt. Er und Nemanja Rnitsch bilden das Innenverteidiger-Duo und dann gibt es Jubilare. Zum Beispiel die Nummer 25 beim WAC. Das ist Jacobo, den wir hier gesehen haben, der heute am linken Flügel spielt. Ja, 25, das ist Standfest. Joachim Standfest, der 36-Jährige heute mit seinem bereits 100. Ligaspiel für den WAC. Das WAC geht ja insgesamt schon mit diesem Match jetzt bei 482 Ligaspielen. Also, das ist schon eine beachtliche Zahl. Für die Rapid-Fans gibt es auch ein Jubiläum zu feiern. Auch für das Trainer-Duo Büskenz-Janka sehen wir hier seinen Co-Trainer. Das 750. Auswärtsspiel von Rapid in der Bundesliga-Geschichte. Ein Schwankerl für Statistik-Feinspitze. Lassen wir es mal so stehen. Thomas Murk, der über den Flügel kommen wird, ist in Schiliner eingewechselt worden für Schobelsberger. Schobelsberger diesmal nicht im Kader darf oder muss, je nachdem, wie man es sieht, pausieren. Aber Murk hat seine Sache in der zweiten Hälfte in Schiliner gegen Trendschäden ganz hervorragend gemacht und wird sicher gemeinsam mit Schaub über die Flügel für viel Schwung sein. Der Anschluss zur ersten Hälfte hat der WAC. Wolfsberger mit einem 4-4-2-System. Cianek, Hüttenbrenner, sollen für Stabilität in der Defensivarbeit zentral sorgen. Natürlich auch für den Spielaufbau. Das ist Rinic, der Serbe, der beiden Innenverteidiger Jakobo. Technisch beschlagene Spanier am linken Flügel. Ein Wurf kleben. Eine der Neuerwerbungen. Zwei der neuen Spieler, die der WAC gekauft hat, sind heute von Beginn an mit dabei. Gerald Nutz, dessen Bruder Stefan Nutz, ja bei Rapid spielt, aber heute nicht im Kader mit dabei ist. Und eben Christian Kleem. Da war es, Gerald Nutz, mal angespielt worden, aber gut abgeschirmt von Schöswenta. Und wieder Klem und wieder Schöswenta, der heute sein hundertstes Bundesligaspiel bestreitet. 95 Mal für die Admira und heute zum fünften Mal für Rapid. Mike Böskenz kennen wir mittlerweile als einen Trainer, der während des Spiels eher ruhig bleibt, viel sitzt, nicht allzu viel an der Linie herumspringt. Da hat jeder Trainer so seinen eigenen Stil. Er hält sich eher zurück. Seine Arbeit wohl mehr am Trainingsplatz als direkt während des Spiels. Da überlässt er das Arbeiten seinen Spielern und das bis jetzt absolut mit Erfolg. Saisonübergreifend hat Rapid sieben der letzten zehn Spiele gewonnen. Das ist schon eine recht ansehnliche Serie. Und die Stärke dieser Mannschaft, das haben wir gesehen in den letzten Partien, die liegt eindeutig in der Offensive. 13 Tore hat man erzählt. Dabei hat er auch nur zwei Gegentore bekommen. Dibon, Schöswenta, Mojinic. Auch er hat sich jetzt gut eingefunden schon in der Mannschaft. Mojinic und Graovac, das ist die gleiche Variante im defensiven Mittelfeld wie auch zuletzt in der Europa-League-Qualifikation. Im Vergleich zum Spiel gegen Trenzschin ist überhaupt Murk die einzige Veränderung in dieser Mannschaft in der Startformation. Langer Pass in Richtung Schaub. Alexander Kofler im Tor beim WRC, der 29-Jährige aus Schieflingen am Wörthersee. Ein großer Tormann, großer Strafraum, Präsenz. Das ist Hüttenbrenner. Solbauer mit dem langen Pass Richtung Zündl. Und Einwurf für Rabit. Joachim Stammt fest aus kurzer Distanz, diesen Befreiungsschlag abbekommen, aber das hält er aus. Der 36-Jährige. Ja, der war nicht schlecht. Ein bisschen zu weiter Pass auf Thomas Zündl. Damit gibt es Abstoß für Rabit. Unter den Betreuern von Rabit, Thomas Hickersberger. Der feiert heute seinen 43. Geburtstag. Also neben Jubiläen auch Geburtstage am heutigen Tag. Aber in erster Linie wird jetzt einmal Fußball gespielt. Koba kommt nicht durch Schaub. Gut gemacht. Ein bisschen Ballglück, aber auch schön gespielt mit der Ferse. Schwab und Schaub, diese Achse funktioniert hervorragend. Das haben auch die letzten Partien bereits bewiesen. Auch Schwab schon mit zwei Treffern. Torerfolge, die stärken ja bekanntlich auch das Selbstvertrauen, was zu sehen war in den letzten Partien. möglicherweise noch zu sehen sein wird heute. Mal sehen. Schaub. Vorübergehend gestoppt von Jakobo. Bawilic mit dem Einwurf. Schösswenta. Rabit beginnt die ganze Angelegenheit mal. Bedacht, vorsichtig, nicht mit zu viel Risiko, zu viel Schwung. Dibon Mocinic. Wieder Schösswenta. Und dann schaub sofort attackiert von zwei Gegenspielern. Und der Versuch des schnellen Gegenstoßes. Überstand fest. Torpass in die Mitte. Ja, angedeutet, reklamiert von Philipp Hellquist. Hallo, bin gehalten worden, bin zurückgezogen worden. Wieso gibt es da keinen Elfmeterpfiff? Schiedswichter Schergenhofer hat die Sache anders gesehen. Hier sehen wir noch einmal den Pass, den guten Pass von Stand fest. Aber diese Einstellung war kein Foul zu erkennen. Ja, auch hier. Abseits. Schwab einen Schritt zu weit vorne. Gut gesehen vom Schiedsrichter. Das ist der. Rönic versucht den weiten Pass in Richtung Stand fest, der viele Meter macht in dieser ersten Phase des Spiels. Etwas mehr als acht Minuten sind bereits vorbei. Und hier noch einmal die gute Flanke von Stand fest. Nein, da war nur die Hand von Hellquist recht weit hinten verdreht. Aber aus meiner Sicht kein Foul. Etwas zu weiter Pass von Schaub in Richtung Mulg. 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 Viel über die rechte Seite bei den Kärntnern, viel über Standfest, der jetzt auch beim Out-Einwurf steht. WRC bemüht, Rapid keinen Spielraum zu lassen, ganz eng beim Mann zu stehen, das Spiel nicht aufziehen zu lassen. Heimo Pfeifenberger, der im Vorfeld des Spiels gemeint hat, in dieser Außenseiterrolle, in der wir ganz klar sind gegen Rapid, fühlen wir uns durchaus wohl. Da hat man keinen Druck, man kann nur positiv überraschen. Das war jetzt schön gemacht von Clem, aber dann kommt er nicht mehr nach. Christian Clem, sein letztes Bundesliga-Tor noch für Sturm Graz gemacht hat. Einer, von dem sehr gute Flanken kommen kann. Gut aufgepasst von Mojic. Dornic. Der Dornic. Feldquist und Tipo geht zum Out-Einwurf. Und wieder sehr schnell und auch gut attackiert, in dem Fall von Peter Czernik. Das wird viel Kampf, viel Einsatz auch auf der Seite von Rapid bedürfen, um sich gegen die körperlich starke Arbeit der Kärntner in der Mitte durchzusetzen. Das hat auch Stefan Schwab im Vorfeld gemeint. Wenn wir hier bestehen wollen, in Wolfsberg, dann wird das mit Sicherheit, mit viel Aufwand, mit viel Arbeit verbunden sein. Das bestätigt sich in diesen ersten, jetzt zwölf Minuten dieses Spiels. Schöner Svente. Schöner Svente. Gerrachowatz. Burg. WRC steht im Moment recht tief mit einer Fünferkette hinten, drei Spielern davor. Machen den Raum in der eigenen Hälfte sehr eng. Ein WRC-Spieler jetzt verletzt am Boden. Schiedsrichter Schörgenhofer wartet nicht, bis der Ball aus dem Spiel ist, sondern pfeift die Partie von sich aus ab, um zu schauen, was mit Zündl passiert ist. Thomas Zündl steht aber schon wieder. Jetzt muss Schörgenhofer natürlich den Schiedsrichterball spielen. Ah ja, da hat er sich selber wehgetan, fürchte ich, Zündl. Und versucht, den Pass zu blocken. Wahrscheinlich etwas ungekriegt. Schwellington. Schöner Svente. Karowatz. Und er geht Nutz absammeln. Ja, jetzt Czernik mal als Solo-Presser vorne. Hüttenbrenner. Hält den Ball recht lange, schon attackiert von Murg. Ja, Nutzinic kann sich nicht richtig durchsetzen. Jetzt gibt es Einwurf für den Werzer. Boris Hüttenbrenner, 30-jähriger Mann im zentralen Mittelfeld, neben Peter Czernik. In der vergangenen Saison in 30 Spielen, die er gespielt hat, immerhin zwei Tore erzielt. Jetzt Einwurf für Rabit. Thomas Schramml mit nach vorne. Auf dem Rücken. Thomas Schramml, kein Absatz. Hat aufgepasst, verzögert. Er gesehen hat, dass die Viererkette das Wert sehr aufrückt. Aber jetzt ist der Ball bei den Kärtnern. Wiener Mucinic, Krarowatz. Er rückt die Abwehrkette der Kärntner sehr gut nach, macht wirklich den Raum zwischen Mittellinie und Strafraum extrem eng. Und da ist es ganz schwierig, Anspielstationen zu finden für Rapid, deswegen kommt da auch noch überhaupt kein schönes Kombinationsspiel zustande. Nur noch unbedrängt hinten kann der Ball hin und her gespielt werden, der lange Pass in die Tiefe, der ist es, der irgendwann einmal kommen muss, so wie jetzt. Schon eine Viertelstunde gespielt, Rapid tut sich schwer, Kärntner machen das hinten bis jetzt sehr konsequent, sehr konzentriert. Noch kein einziger Foulpfiff im Übrigen von Schiedsrichter Schirkenhofer. Jetzt vielleicht mal eine Möglichkeit, haben es die Rapidler geschafft, auf Strafraumhöhe zu kommen, aber dann der Pass von Schrammel zu ungenau, auf Stefan Schwann. Interessant aus Kärntners Sicht wird sein, ergeben sich in dieser Art und Weise zu spielen dann auch die Konterschancen, auf die man natürlich wartet, auf die man hofft, mit der Balleroberung hinten dann der eine gefährliche lange Pass nach vorne in die Tiefe, in die Schnittstelle der Rapidabwehr. Dann könnte es natürlich brandgefährlich werden, das war nicht gefährlich zum Leidwesen des Trainers. Strafraum, Strafraum, Strafraum! Das ist der dritte Verein, mit dem er den 100 Bundesligaspielen für den Verein feiert. GAK, Austria und jetzt auch Wert. War noch im Spiel, war knapp, aber da passt zur Mitte eher ein Missverständnis von Schramm. Die Bonn als Ausputzer. Foul von Jacobo hat von hinten geklammert, Babilic, deswegen den Ball nicht treffen können. Erster Foul, Pfiff nach 18 Minuten und 30 Sekunden. Die Bonn. Tschüss, Wendt. Mucinic immer wieder zurück zu Tipa und da ist nach vorne keine Tür offen. Schösswender, leichter technischer Fehler und schon ist der Ball weg. Kärntner wieder ganz eng am Mann, warten auf diese kleinen Fehler von Rabit. Aber das Umschalten nach vorne passt in dem Fall auch nicht. Die Bonn. Babilic. Schwab. Kann auch den Ball nicht behaupten. Wieder schnell attackiert, endgedeckt. Sofort zwei Gegenspieler bei ihm. Die Bonn. Schönes Wetter. Grahova. Versucht den langen Wechselpass Richtung Schramm, aber auch der kommt zu ungenau. Das erfordert natürlich sehr exaktes Spiel. Ganz genaue Passis. Heribert Weber heute als Privatperson zu Gast. Hat gemeint, von Graz hierher ist es ein Hupfer. Das Spiel möchte man gerne anschauen. Und schon sitzt er auf der Erntribüne. Schösswender. Auf die Bonn. Der rückt im Spielaufbau immer wieder auf die linke Seite, wenn sich entweder Mocinic oder Grahova zentral zurückfallen lassen, um aus der Mitte heraus das Spiel zu eröffnen. Und entweder Schramm links oder auch Pavelic auf der rechten Seite lauern schon auf den Flankenlauf. So wie jetzt Pavelic. Schaub nicht. Oh ja, jetzt anspielbar. Schaub. Schwab. Wieder Grahova. Die Bonn. Und der Versuch über die andere Seite. Schaub. Aber noch sehr konsequent der WRC. Gibt es im Moment noch kein Durchkommen für Rapid. Geduld ist gefragt. Jetzt der Pass auf Schramml. Und zweites Fall. Und das ist jetzt mal eine gute Freistoßdistanz. Thomas Zündl mit ausgefahrenem Arm ermöglicht eine Standardsituation rund sieben Meter außerhalb des Strafraums. Seitlich kann man den Ball gut und gefährlich Richtung fünf Meter raub drehen. Dort lauert zum Beispiel Joel Hinton. So. Schwab wird ins Zentrum gehen. Die Bonn mit vorne. Lauter Kopfball, starke Spieler. Aber der Ball kommt nicht an. zum Tor. Ups. Gar nicht ungefährlich. Weitschuss von Pavelich. Aufsitzer, wenn der aufs Tor geht kann man den Tormen schon einmal überraschen. Nur Boris Hüttenbrenner als Defensivmann im Landebereich des Freistoßes. So, jetzt Konterchance für Rapid. Jetzt hat der WRC sein Mittelfeld vorne gehabt. Jetzt müssen sie wieder zurückkommen. Dauert allerdings etwas lang. Murk muss wieder zurückpassen in der Mitte. Schon wieder zentral alles formiert bei den Kärntnern. Tschüss, Wendtler. Pavelic. Ganz schwierig, da jemanden konstruktiv anzuspielen. Elfist. Und auch er muss den Ball ewig lange halten, weil er niemanden hat. Und der Weg für Solim offensichtlich zu lange war. Schwellenton! Und Alexander Kowler gut aus dem Tor heraußen. Schöne Abwehr. Das ist WRC-Tormann. Es hat sich dabei etwas wehgetan. Gut erobert von Louis Schaub. Schaub sieht Schwellenton ins Loch starten. Und dann macht Kowler hervorragend den Winkel zu. Schöne Aktion von Schaub und Schwellenton. Sehr gute Aktion von Alexander Kowler. Er wird noch kurz verarztet werden. Er hat offensichtlich feindliche Beinberührung gehabt mit dem Brasilianer. Arnold Pfeifenberger hat seine Mannschaft sehr konsequent eingestellt. Dass sie in der Defensive diese konsequent auch tatsächlich umsetzt, das ist vielleicht eines dieser Erfolgsgeheimnisse in Heimspielen. Gegen Rapid. Mike Büskens wirkt noch ruhig. Wie immer. Die Brohn wie immer staubtrocken. Von ihm wird man selten riskante Aktionen sehen. Und bevor er Gefahr läuft, einen Fehler zu machen, lieber mal den Ball einfach hoch nach vorne spielen seitlich. Schösswinter. Mojenic kommt wieder. Und das Spiel zu eröffnen. Graovac, Mojenic. Und jetzt einmal durchschaut von Gerald Nutz. Eine kurze Unkonzentriertheit. Unachtsamkeit reicht schon. Und so ein Rückpass kann auch mal abgefangen werden. Schösswinter hier mit dem Pass Richtung Mojenic. Der war etwas ungenau. Fast wäre er zur Stelle gewesen. Gerald Nutz. Der jetzt im Sommer von Kapfenberg nach Wolfsberg gekommen ist. Zentrale. ursprünglich offensiver Mittelfeldspieler hier beim WRC jetzt an vorderster Front. Letzte Saison in der ersten Liga. 31 Spiele gemacht für Kapfenberg. Acht Assists. Das ist ein guter Wert für Assists. Null Tore selber erzielt. Das ist kein guter Wert für erzielte Tore. Foul von Sollbauer entschieden. Er hat irgendwie die Ferse von Schwellendon erwischt. Daher Freistoß für Rapid. Das ist fallweise ein bisschen Pressing vom WRC. Guter Ballgewinn. Jetzt könnt es schnell gehen. Aber Hüttenbrenner. Hellquist. Hellquist versucht es allein. Graubatz. Und es gibt Foul gegen Graubatz. Freistoß für Rapid. Wieder keine Entscheidung für ein Foul, sondern als regulären Zweikampf ausgelegte Attacke von Graubatz. Gegen Philipp Hellquist, den Schweden. Schauen wir noch einmal. Da legt das drauf an. Geht in den Zweikampf. Ja, und das war okay. Aber angelegt. Körpereinsatz. Richtige Entscheidung vom Schiedsrichter. Körpereinsatz. Murk. Er legt sich selbst den Ball zu weit vor. Kann ihn trotzdem behaupten. Noch einmal Murk. Dann fehlt ihm der Partner. Immer wieder versuchen es die Körpereinsatz mit dem schnellen langen Pass Richtung Hellquist. Der ist stark, körperlich stark, schnell. Kann den Ball gut abdecken. Also wenn er wirklich bis zu ihm kommt, dann entstehen solche gefährlichen Situationen wie eben vorher im Duell. Gegen Graubatz. Und dann wird es auch der Rapid. Brenzling. Ja, jetzt ist der Ball kontrolliert. Joel Linton. Pavelic. Jetzt ist es mal ein bisschen Platz da, aber kriegt den Ball nicht durch. Schwab. Stark attackiert. Und Eckball. Halbe Stunde vorbei. Es ergeben sich die ersten Räume in diesem Spiel. Und wir sehen nach etwas mehr als einer halben Stunde jetzt auch den ersten Eckball. 18 Minuten bis zum ersten Foul. 30 bis zum ersten Eckball. Der Ball spricht für viel Taktikarbeit auf dem Feld. Tschüss, Wendt da. Nicht per Kopf, per Fuß. reingekommen an den Ball, aber wieder ein gegnerisches Feind dazwischen. Noch einmal. Diesmal bergab. Und der passt. 1 zu 0 für Rapid. Wendt in der 31. Minute. Christoph Schösswender mit seinem zweiten Treffer in dieser Saison. Und so kann man sich selbst ein Jubiläumsgeschenk machen. Schön geschossen. Der Eckball. Im Prinzip genau die gleiche Variante wie im ersten Versuch. Nur diesmal um 30 Zentimeter höher hereingebracht von Murg. Daher Schösswender nicht mit dem Fuß, sondern mit dem Kopf. Und mit dem ist er in dem Fall treffsicherer als in der Aktion zuvor. 100. Bundesligaspiel für Christoph Schösswender. Zweiter Saisontreffer. Insgesamt sein 14. Bundesligator. Und damit führt Rapid nach einer halben Stunde in der Lavantal Arena mit 1 zu 0. Auch ein Zeichen von Klasse, wenn einem der Gegner es so schwer macht, wie es die Kärnten heute hervorragend tun, spielerisch zu Chancen zu kommen, Möglichkeiten herauszuarbeiten, dann muss man über Standardsituationen gefährlich sein können. Und diese Qualität hat Rapid ist ebenfalls unter Beweis gestellt. Kein Foul. Anstand fest, sagt Schützrichter Scherkenhofer. Abstoß. Schauen wir hin. Ah ja, hat schon einen Stoß von hinten mitbekommen. Den Freistoß. Müsste man geben. Für den WRC. Müsste man geben. Ja! Joel Linton, gut gemacht, Schwab, prinzipiell technisch fein, wie er sich den Ball heruntergeholt hat, aber wieder so eng gedeckt, dass keine Zehntelsekunde Zeit bleibt, um ihn wirklich zu kontrollieren. Jetzt ist Platz da, wieder Schwab, Pavelic braucht ein bisschen, bis er nachkommt, Schwab muss den Ball zu lange halten und Jacobo ist der Profiteur dieser Aktion, Foul von Graovac an Jacobo, das gibt die gelbe Karte. Auch Jacobo muss warten, er hat keine Anspielstation da und dann rücksichtsloses Foul von Graovac, nur gegen die Beine, Ball war schon weit weg, die Karte muss er schlucken, Zollbauer, Stand fest. Und die Übersicht von Dibon, der war schwierig, den linken Fuß von Schwab für Murk. Zehn Minuten noch zu spielen in der ersten Hälfte, Rapid führt mit 1 zu 0. Hat Probleme, sich gegen die gut aufgestellte Defensive der Kärntner Chancen herauszuspielen. Und hat das durch einen Eckball, durch eine Standardsituation kompensiert, mit dem kopfballgefährlichen Schösswender, der ja in der letzten Saison der gefährlichste, der torgefährlichste Innenverteidiger in der Bundesliga war. Noch im Diensten der Admirer. Und auch heute wieder zugeschlagen. Nächste Aktion, der Kärtner, ohne Erfolg. Da startet er los, Christoph Schösswender. Und versenkt außerhalb des Einflussbereiches des Kameramanns den Ball mit dem Kopf im Tor. Ja, der hat ein gutes Gespür dafür, wo er stehen muss, um in der Defensive Bälle abzufangen. Macht dann meistens den einfachen, aber oft effektiven Pass, um die nächste Aktion dann einzuleiten. Bei Rapid gefällt mir prinzipiell sehr, sehr gut, seine Art, den Sechser zu spielen. Technisch sehr beschlagen, sehr passsicher. Ivan Mocinic. Joelinton hat Probleme heute, zu seinen Chancen, zu seinen Bällen zu kommen. Der große Mann im Zentrum des Rapid-Sturms. Dafür lässt der WRC zu wenig Gefahr über die Flügel zu in dieser ersten Hälfte bei Rapid. Also sowohl Schaub als auch Mourke oder Pavelic und Schramme kommen in dieser ersten Hälfte so gut wie gar nicht durch, um Flanken zur Mitte zu bringen, die dann Joelinton in Position bringen können. Also wieder Brasilianer, schön gespielt mit Schwab und Missverständnis mit Mourke. Stadtfest. Zündl wieder Stadtfest. Springt der Ball etwas zu weit weg, aber es gibt einen Wurf für den Werz. Zündl. Czernik. Zu ungenau für Jacobo. Auf Schwab und Schaub passen die Kärtner ganz besonders gut auf. Die werden, sobald sie am Ball sind, immer sofort gedoppelt. Ganz schwierig für sie, im Spiel zu finden. Der Recht gehabt Stefan Schwab mit seiner Ankündigung, dass das ein harter Kampf wird im Mittelfeld. Nach diesem Fall jetzt Freistoß für Rabit. Hiltzer und Pfeifenberger, Co-Trainer und Trainer. In Diskussion über die Vorgehensweise. 0 zu 1 sind die Kärntner hinten. Und sechs Minuten geht es noch in dieser ersten Hälfte. Gründe, um nachspielen zu lassen, haben die 22 Akteure am Feld recht wenig geliefert. Hätte Grachowatz noch mal Zeit gehabt, sich den Ball anzunehmen. Aber er ist es schon gewohnt, sofort attackiert zu werden. Allerdings etwas ungenau weitergespielt. So, jetzt der WRC hält mich. Kommt nicht zum Ball. Schöne Sventer mit gutem Stellungsspiel. Standfest wieder auf den Schweden und da ist Novota. Etwas zu scharf der Pass von Schöne Sventer für Schwab. Voll von Schrammeln. Voll von Schrammeln. Applaus. 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 Vier Minuten noch zu spielen. Nach wie vor 1 zu 0 Führung für Rapid. Der Zwischenstand kann Büskens zufrieden sein. Die Frage ist, wie zufrieden ist er mit der Art und Weise, mit der seine Mannschaft dem guten Defensivspiel der Kärntner spielerisch begegnet. Aber das ist eine ganz schwierige Aufgabe, an der schon ganz große Mannschaften gescheitert sind, wenn wir uns an die letzte Europameisterschaft zum Beispiel zurückerigen. Schau. Gute, schnelle Körpertäuschung. Mocinic. Und dann sehr guter Einsatz wieder von Peter Czarnik. Das sind diese Ballgewinne, wo es jetzt schnell gehen müsste. Jakobo auf Auklem. Aber der war wieder zu ungenau. Die Balleroberung hätte schon drei, vier Mal gut funktioniert bei den Kärntnern. Aber der schnelle Pass nach vorne, der kommt noch nicht an. Einmal hat Helquist die Möglichkeit gehabt. EIDOLAND. GERN, WUKLUF, Farmed! GERN, WUKLUF, WARMELUF, VUKLUF, 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 VUKLUF! Der Foul ist gut. Von Schwellington entschieden. Von zwei Kärntnern attackiert, dass sich mit dem Ellbogen etwas Platz verschafft. Daher jetzt Freistoß durch Rönitsch. Elquist, wieder kein Pfiff von Schiedsrichter Schagnofer. Wieder unter heftigen Protest des schwedischen Stürmers beim WRC. Rönitsch, gut gemacht. Da wäre sie wieder da die Chance, aber der war zu steil, der Pass gedacht für Thomas Zündl. Noch keine Chance, sich die Aktion noch einmal in der Zeitlupe anzuschauen. Die Partie noch nicht unterbrochen. Jetzt geht der Ball ins Tor nach dem zu langen Pass auf Schaub. Und jetzt schauen wir noch einmal ganz genau hin. Hier kommt er zum Ball. Ah ja, hat er so ausgeschaut, als ob er in der Mitte, der Mann mit der Nummer 9. Jetzt, nein, es war kurz das Bein von Schöss-Wenter. Da aus der Perspektive nicht zu sehen, ob eine Berührung mit Hellquist stattgefunden hat. Aber sofort das Signal von Schiedsrichter Schirkenhofer weiterspielen. Kein Fall. Eine Minute nachspielzeit in der ersten Hälfte. 45 Minuten sind vorbei. 60 Sekunden gibt es als Trafgang. Und wenn man an den Tropfen hier am Bild sieht, auf dieser Führungskamera. Es regnet nicht stark, aber beständig etwas mehr als zu Beginn dieses Spiels. Da sie in 20 Sekunden in die Pause gehen wird. Deswegen jetzt doch keine Eile mehr bei Jan Novota wird den Freistoß jetzt weit nach vorne befördern. Jetzt ist die Minute vorbei und auch die erste Hälfte. Also, nach 45 Minuten ist Heimo Pfeifenberger mit seinem WRC 0 zu 1 zurück. Mike Büskens zwar ruhig, aber angespannt. Und Christoph Schels-Wenter darf sich mal in jedem Fall zu einem Treffer gratulieren lassen von seinem Kollegen in seinem 100. Bundesligaspiel. Im zweiten Eckball hintereinander mit der gleichen Variante hat er getroffen. Per Kopf. Gut. Ausgeführt. Und damit führt Rapid mit 1 zu 0. Und Christina Inhoff hat gleich einen Gesprächspartner bei sich. Ja, Boris Hüttenbrenner jetzt hier bei mir. Sie wurden da beim Kopfballtor von Christoph Schels-Wenter unserer Ansicht nach ein bisschen weggerempelt. Wie haben Sie diese Situation empfunden? Ja, ich denke, ein zweiter Spieler blockt mich. Ganz klar ein Foul, glaube ich. Und jetzt haben Sie ja eigentlich die Spielweise einigermaßen gut im Griff. Also, zu viele Chancen ist Rapid nicht gekommen. Kann es so weitergehen in Hälfte 2 oder wird sich noch irgendwas ändern müssen? Ja, wir haben natürlich versucht, Rapid noch ins Spiel kommen zu lassen. Auch keine Chancen zuzulassen. Das hat funktioniert, bis auf die Standard-Situation. Aber jetzt müssen wir schauen, dass wir selber auch noch zusammenkriegen können. Dann alles Gute für die zweite Spielhälfte. Und in Kürze geht es dann weiter mit der Analyse bei Bernhard Stöhr und Peter Hagmeier. Wie gesagt, zur Pause. Am Anfang, Peter, haben sich die Rapidler relativ schwer getan. Schauen wir uns einmal vielleicht die Spielanlage des WAC ein bisschen näher an. Ja, wir sehen hier sehr schön, dass die Wolfsberger mit einem 4-4-2 sehr tief stehen. Also eigentlich erst ab der Mittlinie attackieren. Die Zwischenräume ganz, ganz eng sind, vor allem zwischen den hinteren Linien. Wir haben da 7,5 Meter ausgerechnet. Danke an Thomas Eidler dafür. Und dann gutes Umschaltspiel in dieser Szene. Und wie ganz oft in dieser Saison über die rechte Seite. Dort haben wir mit Joachim Standfest einen Spieler, der sehr, sehr erfahren ist und immer noch diese Laufwege macht. Und da kommen sie zu einer der ganz wenigen gefährlichen Szenen in ihrer Offensive. War aber aus meiner Sicht dann kein Hilfmeter. Kein Foul dann an Hellquist. Aber das hat nicht immer so gut funktioniert, weil beim WAC dann im Konter die Spieler nicht wirklich mitgekommen sind. Wir können uns eine symptomatische Szene anschauen aus der 24. Minute. Hellquist weiß da gar nicht, wo er hinspielen soll. Da sieht man Ballgewinn genau wie davor, nur die Spieler traben dem Ball nach. Und das verstehe ich nicht. Da müssen wir viel mutiger sein. So gelingt es dem Louis Schaub wieder den Ball zu erobern, den er nämlich selber verloren hat. Und dann eigentlich für Rapid die Chance herauszuspielen. Aber das wirkt fast ein bisschen ängstlich, der Wolfsberger. Das verstehe ich nicht, dass da im Umschaltspiel nicht mehr Risiko genommen wird. Weil sie an und für sich eigentlich in den Zweikampfkämpfen sehr aktiv sind und präsent sind. Und eigentlich viele Bälle gewinnen, aber dann hakt es am Umschaltspiel. Und auch eine gute Parade hier von Kofler im Tor des WAC. Das war dann in der 31. Minute nicht mehr der Fall aus einer Standardsituation. Wie so oft, wenn es im Spiel nicht funktioniert, dann muss ein Standardherr Christoph Schösswenter hier mit dem Kopf. Du sprichst es an, Bernie. Aus dem Spiel hat noch wenig funktioniert. Es war dann in den letzten 10-15 Minuten besser bei Rapid. Aber dann gibt es immer noch die Standardsituationen. Und da haben sie mit Schösswenter hier einen Spieler, der kopfballstark ist und hier auch freigeblockt wird. Wie es auch die Christine im Interview angesprochen hat. Da sieht man ganz klar, dass Hüttenbrenner der Weg versperrt wird. Was für mich aber kein Foul ist. Es ist ja nicht ein aktives Entgegenlaufen, sondern einfach nur einen Körper dazwischen stellen und das ist für mich kein Foul. Ja und eine Aktion wollen wir uns auch noch anschauen. Nämlich ein Foul oder beziehungsweise eine Attacke an Philipp Hellquist im Strafraum der Rapidler. Foul ja oder nein? Elfmeter ja oder nein? Ist für mich zu wenig für den Elfmeter. Ich verstehe jetzt den Ärger der Wolfsberger, weil jetzt zwei, drei strittige Situationen waren. Aber auch das ist für mich ein bisschen zu wenig für den Elfmeter. Was muss der WRC in der zweiten Hälfte anders machen, um diese Partie vielleicht doch noch zu drehen? Mutiger sein. Heimund Pfeifenberger hat vor dem Spiel gesagt, das sind die schönsten Spiele. Sie haben nichts zu verlieren, aber das muss man auch sehen. Sie können drei Punkte trotzdem holen oder zumindest den Unentschieden rausholen. Aber da müssen sie viel mehr Power in der Offensive entwickeln und sie müssen nicht das Spiel machen, aber die Umschaltaktionen viel präsenter, viel mutiger nach vorne spielen. Was sagst du zur Leistung von Rapid? Man merkt schon ein bisschen vielleicht, dass der Europacup noch in den Knochen steckt. Die Passqualität stimmt nicht zu hundertprozentig. Überrascht mich auch ein bisschen. Ich hätte Rapid dominanter erwartet, muss ich sagen. Im Moment reicht es. Es ist irgendwie so minimalistisch heute. Sie haben vielleicht das Gefühl auch gehabt, dass heute ein paar Prozent weniger reichen. Sie dominieren trotzdem noch das Spiel, aber spielen viel weniger Chancen heraus als noch in den letzten Spielen. Herzlich willkommen zurück im Lavantal. Wir sehen hier den Rücken von Louis Schaub, der gerade wieder einmarschiert. Der Rapidler, der gegen keinen anderen Bundesliga-Verein so oft getroffen hat wie gegen den WRC. Sechs Treffer stehen schon auf seinem persönlichen Konto. Heute hat Kollege Schösswenter als einziger bis jetzt zugeschlagen in der ersten Hälfte. Durch seinen Kopfballtor nach der Ecke führt Rapid seit der 31. Minute mit 1 zu 0. Ein Tor bis jetzt also zur Halbzeit, bevor Schiedsrichter Schörgenhofer jetzt diese Partie wieder anpfeift. Dabei hat es in den letzten zwölf Duellen zwischen dem WRC und Rapid insgesamt 44 Mal geklingelt. Das bedeutet einen Schnitt von 3,7 Toren pro Spiel. Also ein paar Fällen noch, um diesen Schnitt zu halten. Wer zerrt seine Aufgabe in der ersten Hälfte eigentlich recht ordentlich gemacht. Wenig Chancen zugelassen aus dem Spiel heraus. So gut wie gar keine. Das Flügelspiel bei Rapid hervorragend unterbunden. Da ist dann zu wenig auch nachgekommen aus dem Zentrum bei den Hütteldörfern. Die haben es kompensiert mit einer sehr guten Standardsituation. Jetzt muss der WRC zumindest einmal treffen. Will er nicht zum zweiten Mal in der Bundesliga-Geschichte zu Hause als Verlierer vom Platz gehen gegen Rapid. Da sind sie wieder, die Kärntner. Und ein kleiner Stoß von hinten. Wieder Zweikampf, wieder kein Foul. Aber jetzt gibt es Eckball nach dieser Attacke an Thomas Zünd. Zündel mal auf der linken Seite. Zündel mal auf der linken Seite. Die es jetzt nicht schafft, da spielerisch zu Chancen zu kommen. Weil man einfach auch hauptsächlich auf die Defensive orientiert ist. Und die Konter nicht so sprudeln, wie man sich das wünscht. Aber als diese Mannschaft hat man natürlich die Möglichkeit über Standardsituationen zu kompensieren. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Schwab. Noch einmal Schwellenton. Kein Foul. Schützrichter Schirkenhofer lässt auf beiden Seiten hart spielen. Zerpfeift die Partie nicht. Und hat. Und hat. Das hat auch die Pausenanalyse bestätigt. Bei seinen Entscheidungen recht. Wieder nehmen wir an Jarnic. mit anderen guten, sehr guten Adressen international gespielt. Partisan Welkrad in seiner Heimat oder bei RSC Anderlecht. Nach einem Ausflug in die Ukraine. Dann zum WRC gekommen. Mit Unterbrechung. Jetzt wieder zurück. Am Leiberl geht so schön zu sehen. Jetzt mal Platz nach vorne wieder. Schwab auf Schwellenton. Der ist etwas langsamer. Aus Michael Sollbau. In dieser Situation. Auch wieder Zweikampf. Heftigem Schulter-Einsatz. In dem Fall für die verteidigende Mannschaft entschieden. Von Schirkenhofer. Von Schirkenhofer. Soll es weiter. Wenn ihr um Touristen kleinen Ballen befindelt hat, dann sagt der High-Late berShooren. Aus kitsch Virt vag oft vor Ort point. Ein Foul genau neben dem Mikrofon, hört sich besonders spektakulär an. Burg, Schraml geht mit, aber stattdessen der Pass in die tiefe Richtung schaut. Er ist nicht der Größte, aber dass er auch mit dem Kopf viele Tore machen kann. Nur zuletzt im Europacup bewiesen. Und hier noch mal die Attacke gegen Vita Can. Jakobo. Zweikampfstand für St. Schwab. Der Präsidium. ZDF, ZDF, ZDF! ZDF, ZDF! ZDF, ZDF, ZDF! ZDF, 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 ZDF! ZDF, 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 ZDF! ZDF, 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 ZDF! Und dann doch aus größerer Distanz schießen muss, weil dann die Rapid-Abwehr schon zur Stelle ist. Halb hoch ist natürlich in dem Fall für den Tormann die dankbarste Variante. Ein bisschen zu wenig platziert. Lob trotzdem an den Torhüter von Rapid, Jan Novota, muss man erstmal so halten. Kauwatz, Fall mit dabei. Freistoß für den WRC. Jakobo, Jakobo kann sich nicht durchsetzen gegen Schössmenta. Kauwatz, Kauwatz, Kauwatz. Rapid hat schon Respekt vor dem Pressing der Kärntner. Das war jetzt eine interessante Variante des Befreiungsschlags von Jan Novota. Unter den Ball gefahren und damit bleiben jetzt die Kärntner im Angriff. Standfest, zweiter Einwurf, Kauwatz und Schaub. Er putzt aus, aber Rapid jetzt unter Druck. Kärntner haben die Bewegung in ihrem Spiel nach vorne verlagert. Schön abgeschirmt von Joel Linton, aber trotzdem fangen. Aber da sind zwei Kärntner zusammengestoßen. Er hat eigentlich nur mit seinem Körper den Ball abgedeckt. Das war jetzt die erste offensichtliche Fehlentscheidung von Schiedsrichter Schirgenhoff. Der Einsatz von Parilic, schneller als Zündl am Ball. Und Novota. Das war jetzt die erste offensichtliche Fehlentscheidung von Schiedsrichter 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 Schiedsrichter. Der WAC bereitet einen Wechsel vor. Es ist offensichtlich jetzt dann schon langsam Zeit für den emotionalen Auftritt von Philipp Brosenik. Wesheimer Pfeifenberger vor dem Spiel im Interview bei Christina Inhoff angekündigt hat. Der 23-Jährige, der ja Rapid gehört und an den WAC verliehen ist. Der macht sich jetzt bereit, ins Spiel zu kommen. Und zwar anstelle von Thomas Zündl. Ja, wie es allen zeigen an der Gemeinden. Natürlich in der letzten Saison 22 Einsätze für Rapid. Vier Tore hat er geschossen, aber nur viermal in der Startformation mit dabei für den Mann, der im Nachwuchs von Chelsea und dem AC Milan gespielt hat. Jetzt neu mit dabei beim WAC mit der Nummer 14. Aber die Hand mit dabei, aber nicht gehandelt. Erster Ballkontakt von Prosek. Standfest. Und Einwurf für Rapid. Auch auf der anderen Bank tut sich was. Da werden wir nach seiner Verletzung jetzt das Comeback von Arna Trösteson sehen. Ball ist wieder aus dem Spiel. Damit gibt es jetzt die Gelegenheit zum Wechsel. Thomas Murk geht hinaus. Und der Isländer kommt ins Spiel, der auch nicht nur gegen Österreich, sondern auch schon in der Bundesliga ein Tor erzielt hat. Und zwar im Derby. Ausdauer gegen Rapid beim 4-1-Sieg. Der Hütteldorfer jetzt also im Spiel für Thomas. Da ist er gleich am Ball. Die Highlights der gesamten fünften Runde, die gibt es heute nach dem Live-Spiel. Am 18.30 Uhr in ORF 1 mit vielen, sagen wir es mal so, interessanten Szenen. Und Champions League-Playoff Salzburg gegen Dynamo Zagreb am Mittwoch dann live zu sehen. Um 20.15 Uhr ebenfalls in ORF 1. Und jetzt auch in ORF 1.00 Uhr 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 in ORF 1.00 Uhr. Weiter geht es hier eben. Lavantal mit. Einwurf für Röbel. Eine schöne Aktion von Prosenek. Da kommt Czernek einen Schritt zu spät, um sich den Ball mitzunehmen. Das war irgendwie vorhersehbar in dieser Aktion, dass da gleich einer fällt. Und schon abgepfiffen, Krajovac in vollem Tempo dahergekommen. Kakobo lässt mal das Bein stehen. Hier der Zweikampf, Prosenek gegen Mojenic. Da ist man beigespielt. Da ist sauber. Dann kommt er angeschossen, Krajovac und der Spanier steigt ihm auf den Fuß. Keine feine Aktion. Mo Pfeifenberger muss jetzt reagieren. Einen Wechsel hat er schon durchführen lassen. Ein Zweiter wird folgen. Auch Daniel Offenbacher macht sich bereit, um ins Spiel zu kommen. Da geht's. . Könnte eine der letzten Aktionen jetzt gewesen sein. Dieser Pass von Hüttenbrenner, den wir gerade gesehen haben. Guter Einsatz nach seinem eigenen Fehler von Standfest. Schramm. Der war wieder etwas zu weit. Der Pass auf Schaub. Und jetzt der Wechsel. So, es kommt mit der Nummer 10 Daniel Offenbacher. Eine der Neuerwerbungen beim BRC ist im Sommer von Sturm. Nach Kärnten gewechselt für Hüttenbrenner damit die Partie zu Ende. Offenbacher einer, der auch nach vorne einiges bringen kann. So, gefährliche Ereingabe Schösswinter zur Stelle. Die Flanke von Christian Klee. Standfest. Wenn er da ein bisschen spritziger ist und den halben Schritt schneller beim Ball, dann könnte er den auch so richtig gut treffen. So, vielleicht ein bisschen spät dran vom Timing. Etwas in Rücklage und daher eine vergebene Möglichkeit auf der Seite des WRC. Der jetzt deutlich aktiver geworden ist in seinen Offensivbemühungen in der zweiten Hälfte. Wieder Jakobo. Jetzt ist Platz da auf der linden Seite. Klee geht mit, da ist er, Christian Klee. Wieder mit der Flanke, wieder gute Flanke. Und dann Schramme vor Jakobo. Und schlussendlich Jan Novota. Ja, es beginnt zu klühen im Fünf-Meter-Raum des slowakischen Tormanns bei Rappet. Gute Aktion, schnell gespielt. Die war nicht leicht zu nehmen, die Flanke. Es muss wieder mehr kommen von Rappet. Jetzt gibt es eine gelbe Karte für Rnitsch nach diesem Foul an Joel Linton. Ja, von hinten auch eine richtige Entscheidung von Schiedsrichter Schirkenhofer. Wir haben es vielleicht gehört. Fast 6.000 Zuschauer hier in der Lavantal-Arena. Also eine schöne Besucherzahl für die Kärtner. Aber jetzt Freistoß für Robins. Krawatz beim Ball, Schau beim Ball. Krawatz auf die Bahn. Aber der bringt ihn noch mehr irgendwie zur Mitte. Etwas zu weit gespielt. Jetzt gelingt es den Kärntnern in dieser zweiten Hälfte das Spiel offen zu gestalten. Offenbar heraus war das Zusammenspiel der Neuen. Stand fest. Und Novota. Mochinić. Das war schön gespielt. Jetzt Schwab. Der bis jetzt noch nicht so richtig zur Geltung kommt. Joel Linton. Oh, gefährlich, gefährlich. Und Alexander Kowler kann gerade noch den Kopfball von Schaube über die Latte drehen. Gute Aktion. Gute Übersicht. Gutes Auge von Schwab. Aber auch schön gemacht von Joel Linton. Dann Schaub mit dem Schuss. Sicherheitsvariante von Kowler. War recht kurze Entfernung. Abgefälscht auch noch der Schuss von Louis Schaub. Bein eines WRC-Verteidigers dazwischen gewesen. Gibt Eckball. Wieder Schaub. Und nächste gefährliche Situation. Wieder Schöswenter da. Bergkopf. Ganz ähnlich ausgeführt wie beim 1 zu 0 in der ersten Hälfte. Diesmal Schaub der Ausführende. Und nicht Murk. Und Schöswenter kann sich wieder durchsetzen. Und diesmal gegen Prosenik mit dem Kopfball. Kein Fall. Schwab gegen den Mann gelaufen. Die Auslegung von Robert Scherkenhofer. Und auch kein Foul auf der anderen Seite gegen Helquist. Und damit läuft das Spiel weiter. Die Bon. Und jetzt ist der Ball weg. Und jetzt ist er genau zu ungenau für Schramm. Es ist der Ball weg. Jakobos, schön gemacht. Aber dann legt er sich selber den Ball zu weit vor. Gute Aktion und schöner Abschluss von Gerald Nutz. Wer den Ball direkt übernimmt, wolle aber genau in die Arme von Novota. So schnell geht es, schöner Einwurf abprallen gelassen. Hellquist, gut gesehen, dass Nutz in Schussposition ist. Lässt ihn auch nur abtropfen. Aber dann zu zentral der Abschluss von Gerald Nutz. 70 Minuten gespielt, eben noch 1 zu 0 für Rapid in der Lavantal Arena des WRC. Die Kärntner in der zweiten Hälfte mit zwei guten Möglichkeiten schon in diesem Spiel. Offensiv als in der ersten Hälfte. Rapid immer noch mit Defiziten mitspielen über die Flügel. So wie jetzt Thomas Schraml über die linke Seite kommt, aber keinen Anspielpartner hat. Schaupp, gefährlich mit dem Außenriss Richtung Joelinton. Und jetzt ist der Ball draußen von Kowler über die Tor-Out-Linie befördert. Damit gibt es Eckball und bei Eckbällen brennt der Hut beim WRC. Das haben wir schon gesehen. Ein Tor und eine große Möglichkeit vor kurzem erst nach dem Eckball von dieser Seite. Schöne Flanke. Käm kann gerade noch vor dem Brasilianer ringen. Ecke wieder durch Luisaub. Diesmal mal mit einer anderen Variante. Allerdings hat der Ball in der Luft auch wieder die Tor-Out-Linie überquert. Und daher gibt es jetzt Abstoss. Schaupp mit dem zweiten Versuch. Schwab. Gut gedacht, aber gut mitgedacht von Stadtfest. Schraml. Schöne Balleroberung. Schaupp. Schaupp. Schwellinton. Grauwatz. Schwellinton. Und dann ist das Zentrum wieder zugestellt. Die Konter-Chance für die Kärtner über Offenbacher. Brosenik. In der Mitte lauert Helquist. Und die Bonn macht das großartig routiniert mit dem Kopf. Die Partie ist wesentlich offener als in der ersten Hälfte. Der Regen wird stärker. Rosenik. Sollbauer. Standfest. Wieder Röninch. Kärntner jetzt mit wesentlich mehr Ballbesitz als in der ersten Hälfte. Langer Pass Richtung Helquist. Kommt nicht an. Die Bonn-Umschöss-Wenter zur Stelle. Dann will Schaupp losstarten. Zum Fall gebracht von Offenbacher. Und es gibt die gelbe Karte für den Kärntner. Naja, Ball weit weg. Der hat nur noch ein Ziel, nämlich Schaupp zu Fall zu bringen. Das Ganze kurz vor der 75. Vor Vollendung der 75. Spielminute. Das bedeutet, gleich geht es nur noch eine Viertelstunde. Schwab. Pavelic. Graubaz. Schön gespielt. Auf Trösterson. Wieder Pavelic. Jetzt kommt es so richtig nass vom Himmel. Da sind so als Aufsitz gespielte Querbässe auch durchaus gefährlich. Zu rücksichtslose Attacke von Schöss-Wenter. Und er sieht dafür gelb. Karte. 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 Der WRC kämpft um seine Chance zum Ausgleich zu kommen. Zusammenstoß, Kakobo Tipon und jetzt Foul an Joel Hinton von Michael Sollbauer. Da sehen wir noch einmal den Zusammenstoß, da kriegt Joel Hinton von hinten noch einen kleinen Rempler mit, da er ein Freistoß für Rabit, Hoffenbacher, Grnitsch, rechts läuft sich standfest frei, der auch nach 76,5 Minuten mit seinen 36 Jahren immer noch ein bewundernswertes Laufpensum hinlegt auf der rechten Seite. Mike Büskens bereitet in der Zwischenzeit den nächsten Wechsel bei Rabit vor. Stefan Auer macht sich bereit ins Spiel zu kommen, ein defensiver Spieler, ein Außenverteidiger. Wer wohl mithelfen soll, jetzt dieses 1 zu 0 noch einmal abzusichern. und die drei Punkte ins Trockene zu bringen, was bei dem Wetter gar nicht zu leicht ist. Die Ball. Mocinic. Mocinic. Hier kein Foul für Hüff, Spiel geht weiter. Mocinic. Misch. Kämpft um den Ball. Jetzt Schwab. Aber der wirkt heute etwas noch möglicherweise müde von der aufwändigen Partie, bei der er hervorragend gespielt hat in Trencin. Also eben Schilina gegen Trencin. Jetzt der Ball beim WRC. Heldwist. Ah, ungenau schlecht gespielt aufs Startfest. Und kein Foul, sondern Einwurf für Rabit. Michael Sollbauer bleibt verletzt am Boden liegen. Es war ein Zweikampf, eingehackelt Graubaz. Und dann treffen sich die Füße der beiden Spieler. Und jetzt der Wechsel. Es kommt Stefan Auer und zwar für Stefan Schwab ins Spiel. Also die beiden Ex-Admiraner wechseln einander ab. Schwab heute nicht so gut zur Ghetto gekommen. Wie gesagt, vielleicht noch etwas müde vom Europacup, wo er ja extrem viel gearbeitet hat. Der offensiven zentralen Rolle. Stattdem kommt jetzt ein defensiv orientierter Spieler mit Stefan Auer für die letzten etwas mehr als 10 Minuten. Jetzt gibt es die gelbe Karte für Schwellington. Mit dem gestreckten Bein gegen die Knöchel von Joachim standfest. Auch diese Entscheidung absolut vertretbar. Der dritte Wechsel beim WAC. Hellquist hat seine Möglichkeiten gehabt, konnte sie nicht nützen. Jetzt bleiben 10 Minuten Zeit, in denen Dobzagic beweisen kann, wie gefährlich er ganz vorne ist. Jetzt der große Stürmer, der ebenfalls jetzt im Sommer neu in die Mannschaft gekommen ist. Und zwar aus Altach. Auch er hat schon mal bei Dortmere gespielt. Als Geheimwaffe für die Schlussphase. Böswender klärt zur Ecke. WAC drängt. Setzt noch einmal an zu einer letzten Schlussoffensive. Kämpft um die Chance hier den Punkt zu machen. Das Unentschieden zumindest noch herauszuholen gegen Rapid. Und die Chance jetzt für Prosenik. Ja, was ist das für eine Geschichte. Philipp Prosenik trifft gegen seinen Ex-Klub. Jetzt hat sie gefruchtet. Die Emotion, die er sich aufgehoben hat. Für seine Einwechslung. Motiviert bis in die Haarspitzen, hat er gesagt, ist er. Für dieses Spiel gegen Rapid, wo er nicht so zum Zug gekommen ist, wie er das geglaubt hat. Und dann kriegt er jetzt seine Chance, zieht ab und legt alle aufgesparte Emotion, die er auch noch auf der Bank wachsen hat lassen in diesen Schuss und hämmert den Ball unter die Lande. Der Mann, der Rapid gehört und verliehen ist an den WAC, der es zeigen will, wie gut er ist. Der macht den Ausgleich. Philipp Prosenik. Philipp Prosenik. Joel Inters. Kommt wieder raus. Sieben Minuten und ein bisschen war es noch zu spät. Ja, 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 ja! Ja, das Spiel geht weiter, Schrammel und Schaub kommt hier nicht richtig zum Schuss und auch nicht dazu, den Ball anzunehmen. Wolfsberger am Boden und es ist standfest. Nach diesem Zusammenstoß mit Dresdason, ah ja, Kopf an Kopf. Der Zusammenstoß schmerzt standfest etwas mehr. Als den Isländer. Da war irgendwo noch eine Hand in der Höhe. Ich glaube, es war die Hand von Schöss-Wenter. In dem Fall war es okay, hier weiterspielt zu lassen. Und Brosenik mit dem erfolgreichen Abschluss. Kann Rapid in der Lavantal Arena wieder nicht gewinnen. Es geht noch sechs Minuten. Schwelinta. Ah, so ungenau gespielt von Dresdason. Jakobo. Die Kärntner sind jetzt motiviert, in den letzten fünfeinhalb Minuten vielleicht noch einmal eins draufzusetzen. Das ist nicht unmöglich, so wie diese zweite Hälfte verlaufen ist. Rapid zu fehleranfällig, ein bisschen zu ungenau im Passspiel. Zu wenig Nachdruck, vielleicht ein bisschen Müdigkeit in den Knochen, wer weiß. Das alles zusammen ergibt jetzt ein deutliches Ansteigen der spielerischen Qualität und Torgefahr der Kärntner. Rönic. Mocinic. Mocinic. Kein Anspielpartner da, wo dieser Kopfball hingeht. Und jetzt Einwurf für den WRC. Mocinic. Schramme. Was geht noch in den letzten vier Minuten? Ja, wieder Richtung Schaub gespielt, aber in eine aussichtslose Situation. Schramme. Pavelic. Graovac. Und... Wieder etwas ungenau der Pass auf Auer. Jetzt vielleicht Röstersohn. Joelink dann in der Mitte, aber er kommt nicht zum Ball. Auch Abit versucht es noch einmal. Jetzt ist es vorbei mit Taktieren auf beiden Seiten. Jetzt wollen beide Seiten noch den Sieg. Und... Oh, riesen Chance für Stefan Auer. Allein vor Kovla und bringt den Ball nicht vorbei am WRC-Turm. Heiße Schlussminuten in der La Vanta-Lavina. Noch einmal, der weite Einwurf, der war gut. Dann gibt es ein bisschen ein Gestoße und plötzlich steht Auer ganz allein, allerdings mit dem Rücken zum Tor vor Kovla. Und jetzt kommt der WRC-Schlussmann wieder hervorragend raus aus seinem Tor und schneidet den Winkel ab. Und jetzt kommt der WRC-Schlussmann wieder hervorragend raus. Zwei Minuten noch in der regulären Spielzeit. Wird wieder ein weiterer Einwurf werden von Schraml. Wieder Schraml. Und Kovla. Einer der besten heute am Platz, Alexander Kovla. Louis Schaub. Pavelic kommt in der Mitte mit. Für ihn auch eine ungewohnte Situation. Noch einmal Pavelic. Kein Foul, kein Hens. Obwohl die Kärntner hier mit vereinten Kräften reklamieren. Und hier kein Abnehmer in der Mitte für die Hereingabe. Kein Foulspiel läuft wieder weiter. Mocinic. Auf Schwell in town. Schwell in town. Und Kovla wieder. Schnell und rechtzeitig heraußen. Czernik verletzt am Boden. Und da sehen wir noch einmal die Aktion von vorher. Top-Zagic lehnt sich gegen seinen Gegenspieler. War kein Fall dabei. Auch hier hat Scherkenhofer die Situation offensichtlich richtig eingeschätzt. Aber natürlich, da spielen jetzt jede Menge Emotionen mit. In diesen Schlusssekunden. Da hält es nicht einmal mehr den sonst so coolen Mike Büskens auf der Bank. Und er riskiert damit eine nasse Frisur. 90 Minuten vorbei. Vier Minuten Nachspielzeit. Rosenic. Der Torschütze zum Ausgleich. Und Dibon. Mal zum Ersten zumindest gegen Top-Zagic. Schön gemacht. Gut gemacht. Also auch heute wieder mit einer sehr routinierten, abgebrühten Leistung hinten Christopher Dibon. Viel Kampf, viel Einsatz jetzt in diesen letzten Sekunden auch noch drinnen. In den letzten Minuten dieses Spiels. zu weit vorne gestanden. Thomas Schrammeln muss noch ein paar Schritte zurück. Fehlt nur mehr der Ball. Ist das einer zu viel am Feld? Die Kärntner, glaube ich, können mit diesem einen Punkt ja auch ganz gut leben. Rapid hätte sich natürlich einen Sieg erhofft, erwünscht. Die Tabellenführung, zumindest die vorübergehende, war das Ziel. Jetzt wieder Kopfschmerzen bei Rosenic. Er hat den Elbogen von Graovac ins Gesicht bekommen. Er hat den Elbogen von Graovac ins Gesicht bekommen. Ein Wurf WRC. Ein Wurf WRC. Zwei Minuten noch. Standfest. Da ist viel Herz, viel Einsatz dabei bei Joachim Standfest in seinem 100. Bundesligaspiel für den WRC. Ein durchaus gelungenes Jubiläumsspiel aus seiner Sicht, keine Frage. 36 Jahre, tolles Laufpensum. Viel Übersicht und bringt auch viel nach vorne, nach wie vor. Joachim Standfest. So, noch einmal Rapid über Trösterson. Joel Inter kommt nicht vorbei. Und dann das Foul an Solbauer. Naja, jetzt gehen die Emotionen hoch. Offenbacher will es den Brasilianern noch einmal ordentlich reinsagen. Und holt sich dafür zumindest eine Schelte von Schiedsrichter Schergenhofer. War natürlich ein Foul von Joël Interim, keine Frage. Aber jetzt kein Außergewöhnliches in dieser hitzigen Schlussphase. Das gehört dazu. Wenn zwei Mannschaften noch um den möglichen Sieg rittern. Kämpfen, beißen, kratzen. Und spielen. Einwurf für RC. In fünf Sekunden ist die offizielle Nachspielzeit vorbei. Aber es gibt noch eine kleine Draufgabe. Und damit vielleicht jetzt die letzte Chance für Rapid. Drei Rapidler gegen drei Kärntner. Und die drei Kärntner bleiben erfolgreich. Im Attackieren. Und jetzt sollte auch Kowler diesen Ball noch ins Torhaut begleiten können. So ist es. Robert Schergenhofer schaut auf die Uhr. Und pfeift jetzt diese Partie ab. Also Christian Brosenig. Der Kärntner hält dieses Spiels aus seiner Sicht. Der Ex-Rapittler. Jetzt auch, nicht Christian, das ist der Papa. Entschuldigung. Da sieht man, wie sehr das im Kopfhänger bleibt. Philipp Brosenig. In dem Fall hält der Kärntner. Heimo Pfeifenberger holt einen Punkt mit dem WRC gegen Rapid. Es wird wieder kein Sieg auswärts für Rapid in der Lavantal-Arena. Siebzehntes Bundesligaspiel. Und jetzt schon das fünfte Unentschieden bei jeweils sechs Siegen. Rapid hat sich schwergetan. Wichtig, aus der Sicht von Rapid von Spiel zu Spiel zu denken. Das war jetzt die Bundesliga. Und nächste Woche, am Donnerstag, geht es dann wieder weiter. Wenn man dann hoffentlich in der Europa League alles klar macht und in die Gruppenphase einzieht. Bei uns geht es weiter. Bei den Herren unter den Schirmen. Also bei den Schirmherren. Bernhard Stöhr und Peter Hackmeier. Also Rapid hat nach 45 Minuten mit 1 zu 0 geführt. Aber die Rapidler haben diesen Vorsprung nicht über die Distanz gebracht. Also jetzt 1 zu 1 der Endstand. Peter, was war Schuld dran? Ein bisschen vielleicht auch die Europacup-Müdigkeit oder das starke Konzept von Heimo Pfeifenberger? Ja, es war generell sehr minimalistisch, was Rapid Wien heute gezeigt hat. Sie haben nicht da anschließen können, wo sie die letzten Runden aufgehört haben. Aber man muss auch sagen, es war absolut die richtige Reaktion der WAC-Spieler in der 2. Halbzeit viel mutiger. Heimo Pfeifenberger hat dann offensiver umgestellt. Und genau so muss die Mannschaft dann daheim auftreten. Wir haben das erste Interview. Christoph Schösswender, der Torschütze. Führerbiet steht bei Christina Inhoff. Also Christoph, das 100. Bundesligaspiel, 2. Saisontor. Dazu kann man mal gratulieren. Aber warum ist denn Ihr Tor nicht das einzige in diesem Spiel geblieben? Ja, ich glaube, weil wir uns die zweite Halbzeit zunehmend unter Druck setzen lassen haben. Wir sind immer richtig rausgekommen. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, dass wir uns nicht zu sehr einpressen lassen, weil der WAC mit sehr, sehr vielen langen Bällen agiert hat. Dass dann durch ein Standardtor das Gegenteil passiert ist, ist natürlich auch ein bisschen Glück für Sie. Blöd für uns, waren wir vielleicht nicht konsequent genug. Und so reicht es leider nur zu einem Punkt. Und hat man noch ein bisschen das Spiel vom Europacup in den Knochen gespürt? Glaube ich nicht. Man muss sagen, in der ersten Halbzeit sind wir irrsinnig schlecht reingekommen. Da war der WAC viel griffiger, viel bissiger. Da haben wir immer den Schritt zu spät agiert. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit war es dann von der Zweikamfführung her besser. Wobei, wie gesagt, in so einem Spiel, wenn du dann mit wenigen Chancen kämpfst gegen einen Gegner, der mit sehr hohen Bällen operiert, musst du vielleicht die zwei, drei Halbchancen besser ausspielen und nutzen. Dann reicht es vielleicht zum Sieg. Dankeschön, Christoph, für Donnerstag natürlich alles Gute. Und ab in die Kabine, in die nächste Regendusche sozusagen. Jetzt geht es wieder weiter bei Bernhard Stern, Peter Hackmayer. Christoph Schöswender, ein Tor zum Jubiläum. Es war sein hundertstes Bundesligaspiel. Das können wir uns gleich anschauen in der 31. Minute. Der Führungstreffer, Führerbiet aus einer Standardsituation. Da kommt er zum Kopfball. Er ist und bleibt der torgefährlichste Verteidiger in der Bundesliga, Peter. Ein guter Kauf von Rapid. Absolut. Und mir freut es auch vor allem von Christoph selber, dass er den richtigen, wichtigen Schritt jetzt gemacht hat im Sommer zum Großverein in Österreich. Und das jetzt von Anfang an zeigt, welche Klasse er hat. Schauen wir in die zweite Hälfte. Da ist der WAC immer besser geworden. Eine Riesenchance. Wahrscheinlich die größte für den WAC durch Philipp Helmwist. Und da wäre es nicht verboten, so einen dann auch einmal im Tor unterzubringen. So ist es, Bernie. Gegen Rapid kriegt man nicht viele Chancen. Das zeigt auch genau die Situation von Philipp Helmwist. Hat ganz viel gearbeitet. Ist wichtig für die Mannschaft. Aber er hat das Selbstvertrauen nicht, um solche Chancen auch zu nützen. Hat auch eine ziemlich schwache Saison hinter sich. Letztes Jahr nur einmal getroffen. Und hat zwar eine gute Vorbereitung gespielt, aber auf diese Momente kommt es an. Und die hat er heute nicht genützt. Ja, aber Rapid hat in der zweiten Hälfte auch noch ein bisschen was nach vorne zusammengelegt. Also es war nicht so, dass nur der WAC gespielt hätte. Eine Chance über Joelinton auf Schaub. Und da kann Koflagrat noch pieren. Relativ wenig zu sehen von ihm heute. Aber da sieht man kurzer Haken, ganz feine Technik. Und für mich ein ganz ausgeglichenes Spiel, zweite Halbzeit. Und deswegen ist das unentschieden auch gerecht. Heimov Pfeifenberger hat aber natürlich auch gemerkt, dass bei Helmwist vielleicht heute nicht so viel geht. Hat dann die Offensive auch noch verstärkt. Und hat Philipp Brosenik gebracht. Und das hat sich ausgezahlt. Kompliment an Heimov Pfeifenberger. Schon zur Minute 60 oder davor so offensiv zu tauschen. Sowohl mit Philipp Brosenik, der sich hier dann mit dem Tor selbst belohnt für die guten Leistungen in letzter Zeit. Aber auch mit der Reinnahme von Offenpacker hat Heimov auf jeden Fall ein Zeichen gesetzt. Und das ist ihm hoch anzurechnen, dass er da so mutig auftritt. Und das sind natürlich Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Philipp Brosenik gehört ja noch Rapid und trifft jetzt für den WRC. Wie fühlt sich das an, glaubst du? Ich glaube, dass sich das richtig gut anfühlt. Man hat ja zwar gesehen, dass er sich nicht wirklich jubeln hat, trauen fast, weil viele Rapid-Fans auch da waren und im Herzen ja immer nur Teil dieses Klubs ist. Aber andererseits ist es für seine Entwicklung ganz, ganz wichtig, dass er jetzt trifft, einen wichtigen Schritt hier macht und vielleicht geht er ja eines Tages wieder zurück. Fragen wir ihn gleich selber, wie sich das anfühlt. Und er steht bei Christina Inhoff. Philipp, Rapid Laie und macht hier den 1-1-Ausgleich. Welche Headline, welchen Titel hat diese Story verdient? Ja, das ist, glaube ich, eine typische Fußballgeschichte, dass der ausgeliehende Spieler gegen einen noch klug quasi ein Torsche ist. Das haben wir letzte Saison schon mit dem Kotzerick Lukas gehabt gegen die Admirer und ich glaube, das ist typisch für Fußball. Und war da heute ein bisschen extra Motivation dabei? Oder wieso hat das so gut funktioniert? Ja, natürlich. Gegen Freunde spielt man immer gerne und hatte was zum Beweisen und ich glaube, das habe ich halt dann. Und generell, wie schätzen Sie dieses Spiel ein, dieses 1-1? War das verdient oder wäre da noch mehr drin gewesen vom BRC? Hätte man da noch mehr aufspielen können gegen Rapid? Ja, ich glaube, das erste Halbzeit haben wir zu viel Respekt gehabt für Rapid, weil wir auch gesehen haben, wie sie im Europacup gespielt haben. Aber ich glaube, das zweite Halbzeit hat uns einfach viel mehr zutraut und der Punkt ist auf jeden Fall sehr verdient. Aber mit ein bisschen mehr Glück wäre sicher noch was drin gewesen. Danke fürs Gespräch. Rapid hat sich aber mit diesem 1-1 nicht zufrieden gegeben. Die Rapidler haben noch den Matchball gehabt in der Schlussphase durch Auer. Der kommt da völlig allein vor Kofler zum Ball. Da ist ein bisschen was schiefgelaufen in der WRC-Verteidigung. Ja, unkonzentriert heute. Der steht da plötzlich völlig allein. Aber sehr symbolisch für das ganze Spiel, dass beide Tore aus Standards gefallen sind. Auch hier wieder die Aktion. Die gefährliche durch den Einwurf hat gezeigt, dass aus dem Spiel nicht viel ging. Ja, aber Tore aus Standards zählen genauso viel. Aber es wäre unverdient gewesen, der Sieg für Rapid. Also für mich geht der Punkt ganz klar in Ordnung. Ein wichtiger Punkt natürlich auch für den WRC. Was bedeutet auf der anderen Seite dieses Unentschieden jetzt für Rapid, was die Generalprobe betrifft, für Trencin? In Wahrheit war es ja keine, weil das wird eigentlich nur mal ein Schaulaufen werden, oder? Du sagst es, Bernie. Ist ein Punkt auswärts, den man mal mitnehmen kann. Sie haben nicht so geglänzt wie in letzter Zeit. Aber die Euroleague-Geschichte ist durch, meiner Meinung nach. Das ist klar. Und ja, uns steht ein schöner Herbst bevor. Und haben ja auch beide anderen Mannschaften noch die Chance, international in der Gruppenphase dabei zu sein. Und das ist ein schönes Zeichen für den österreichischen Vereinsfußball. So, Maik Büskens. Die letzten vier Spiele sind immer mindestens drei Tore für Rapid gelungen. Jetzt ein 1 zu 1. Ist das ein minimalistischer Auftritt gewesen oder ist das eine Unterstellung? Ja, das ist erstmal eine Behauptung von Ihnen, die ich ja nicht übernehmen muss. Und wir wussten, dass es beim WRC schwer wird, dass sie uns viel Kampfkraft entgegensetzen werden, dass sie auf zweite Bälle gehen. Und von daher mussten wir uns dieser Aufgabe stellen. Da haben wir ein paar Probleme gehabt am Anfang, weil wir vom Kopf her ein bisschen langsam waren. Aber alles in allem, ja, können wir mit dem Punkt leben. Weil der WRC hat sich ihn am Ende dann auch verdient. Warum ist denn der WRC in Hälfte 2 stärker und gefährlicher geworden? Ja, weil sie dann mit Proz in den zweiten Stürmer eingesetzt haben. Weil sie noch mehr auf lange Bälle auf die beiden Zielspieler gesetzt haben. Und ja, und dann weißt du nie, wo der zweite Ball hinfällt. Dann verlagert sich automatisch das Geschehen in die andere Hälfte. Dann musst du schauen, dass wenn du einen Konter hast, dass du den vernünftig und erfolgreich zu Ende bringst. Das ist uns nicht gelungen. Wir haben vor dem 1-1 noch mal die Chance gehabt durch Louis, durch den abgefälschten Ball, den der Torwart neu hervorragend gehalten hat. Wir haben am Ende dann auch noch zwei, drei Möglichkeiten gehabt im Konter oder nach einem weiten Einwurf. So, aber am Ende des Tages ist es okay, dass wir hier heute 1-1 gespielt haben. Weil, ja, wir hatten heute auch nicht unbedingt so den Sieg verdient. Das muss man auch fairerweise sagen. Dankeschön, Marc Biskens. Alles Gute. Also, kein Sieger im heutigen Live-Spiel der WRC und Rapid trennen sich mit 1-1. Und damit machen wir jetzt einmal einen Haken dran an diese Partie und schauen zu den drei gestrigen Spielen in der fünften Bundesliga-Runde. Und da gibt es die Quizfrage an den Peter. Weißt du eigentlich, wer in der Sommerpause am Transfermarkt am umtriebigsten war? Nicht gut von uns, muss ich sagen. Und der Punkt oder die Punkte fehlen uns. Aber letztendlich waren die Leistungen sonst auch mit Auf und Abs trotzdem okay. Und man kann das einmal so stehen lassen. Danke. Bitte. Also, Heimer Pfeifenberger lässt mal seine fünf Punkte stehen. Findet das ist okay. Was trotzdem bis jetzt in der Saison auffällig ist, Walter Kugler? Maximal ein Torwert erzielt. Gar keines? Oder eines? Es gibt irrsinnig viele Stürme eigentlich beim WRC. Es wurde auch nachgerüstet, weil Trattina sich eben wieder wehgetan hat. Ist die Offensive so richtig super genug oder ist die nur gut? Oder nicht nochmal ganz? Ich denke, Sie haben heuer vier Stürmer, wovon schon jeder gezeigt hat, dass er Bundesliga-tauglich ist. Aber es kommt auch immer darauf an, wie die Mannschaft allgemein spielt. Heute hat man es typisch gesehen, erste Hälfte, da waren sie ängstlich. Da haben sie sich wenig zugetraut nach vorne hin und da sind sie auch zu keinen Chancen gekommen. Zweite Hälfte mit dem 0-1-Rückstand, da haben sie reagieren müssen. Und da waren sie dann auch besser und da kommen auch die Stürmer besser zur Geltung. Also ich glaube, das kommt viel darauf an, wie der WRC allgemein im Spiel sich etwas zutraut und auftritt. Rapid anders jetzt, Micha, hat in der Vorsaison drei Punkte mehr nach fünf Runden. Dann ist ihm irgendwann dieser Hänger gekommen. Ist jetzt Rapid konstant und mit konstant meine ich eigentlich eh ganz gut, mit ab und zu mal einem Ausreißer nach unten? Naja, es waren jetzt schon zwei Ausreißer nach unten, die sehr früh schon in der Meisterschaft gekommen sind. Sind die zu viel in fünf Runden? Zwei? Eigentlich ist es zu viel für die Ansprüche für Rapid, die wollen Meister werden. Es ist natürlich noch nicht viel passiert, eigentlich gar nicht. Aber normalerweise müssten sie schon auch auswärts Punkten, also Vollpunkten. Vor allem, wenn man gesehen hat, wie der WRC erste Halbzeit aufgetreten ist, da muss man einfach nachlegen. Und wenn man das zweite Tor macht, dann wird es ganz schwer für den WRC. Der hat dann wirklich mit dem Mut der Verzweiflung, weil ja, wenn du einmal 1 zu 0 hinten bist, dann musst du ja mutiger werden. Sind sie dann aufgekommen und da war Rapid einfach zu passiv. Das ist für Rapids Ansprüche einfach zu wenig. Auch wenn man heute wahrscheinlich nicht verzweifelt sein muss, den 0 zu 1 gegen diese Rapid-Mannschaft zurückzulegen. Ich bin gespannt, was der Sportdirektor des Eskarabit zu sagen hat. Den werden wir im Laufe der Sendung natürlich noch nachreichen. Der ist nach solchen Spielwahlen da immer ziemlich heiß, ziemlich sauer. Der hat so gern, wenn man 1 zu 0 führt, den Gegner dann auffrisst. Genau das ist heute ausgeblieben. Das ist heute ausgeblieben und wenn er so wie sonst heiß ist, dann hat er auch heute allen Grund dazu. Weil heute hat wirklich Rapid das vermissen lassen. Also es hat Rapid vielleicht in den letzten Runden ausgezeichnet, das sie nie aufgegeben haben. Auch bei 2-3-0-Führung. Sie haben nicht nachgelassen, aber heute haben sie nicht nachgesetzt. Und das ist sicher ein Punkt, bei dem man ansetzen muss. Das Rückspiel in Trennschen war nicht im Kopf, Michi. Das ist keine Ausrede, Sie haben gesagt, Sie sind noch nicht durch die Rapidler. Also es kann da bei dem Heimspiel kaum mehr was passieren. Also da sind sie durch. Ich sage das nur immer, weil ja im Fußball alles Mögliche passieren kann. Aber da ist es ziemlich ausgeschlossen. Und da sind sie mal durch, da sind sie mal weiter. Dementsprechend habe ich gedacht, sie kommen da zum WRC mit sehr viel Selbstvertrauen und wollen den Gegner auch fressen. So wie man es von Rapid in letzter Zeit eben gewohnt war. Sie haben gar nicht so begonnen. Und sie haben einfach viel zu passiv gespielt heute. Und da kann man dieses Spiel auch nicht gewinnen. Wie wird die Saison für den WRC weitergehen? Wo landen die? Nicht am Ende, aber wo positionieren sie sich? Rudern die? Sind die irgendwann im gesetzten Mittelfeld? Können die oben antocken? Ich glaube, dass vom Kader her, vom ganzen Umfeld her, der WRC heuer eine Saison haben könnte. Oder ich schätze es ein, dass sie irgendwo im gesicherten Mittelfeld landen werden. Sie haben jetzt fünf Spiele, fünf Punkte. Könnte der ein oder andere Punkt mehr sein. Aber ich glaube, dass sie stark genug sind, dass sie heuer ruhige Saison spielen können. Weil die anderen Saisonen unruhig werden. Oder bei anderen die Saison unruhig werden könnte. Naja, natürlich. Ich glaube, dass andere Vereine, oder dass der WRC nicht zu den Mannschaften zählen wird, die heuer da ganz, ganz hinten drinnen stecken werden. Es bleibt spannend. Es bleibt auch in diesem Amt spannend. Das ist der Kärnten. Ja, das ist meine Einschätzung. Hier investing- et Herr Osten. Nein, der würde sieooth, dass sie Menschen in der Wirklichkeit investieren. Oh, ich denke so. Ich denke so. Das ist meine Einschätzung. Das ist alles gar nicht so. Und bevor du mir dann nicht gerade habe ich nicht Andrew полов gameiantes.